Ein weiteres Video in der Butterfly Woche. Ich glaube, das wird jetzt sehr lange dauern. Die Kinder haben schon so richtig lange gekauft. Da gibt es viel Pommes. Pommes. Das ist ein richtiger Pommes-Fahr. Richtig Bauchkribbeln. Hallo. Hallo, der Baum. Guck mal, das Karussell habe ich gar nicht gesehen. Das muss man selber anschieben. Dauert noch eine Weile. Die alten Sachen sind immer die besten. Der alte Butterfly ist das allerbeste. Der Butterfly. Der eine ganz vielste. Dafür, dass ich da vor die Jahre nicht eingefahren bin gefühlt bin. So kann schon der 15. oder so. Die haben auf sich eben gedacht, wir haben Ruhm, was bei unten ist. Das ist schlecht. Ich fahre jetzt erstmal hier gleich die Seilbahn. Wir können die auch zu zweit fahren. Wenn Ben hier fährt, können wir so lange Seilbahn fahren. Zu zweit. Die gehen nicht zu zweit. Weil die jagen immer einen drücken. Die drückst du selber. Ja. 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 Ja.